Ich muss mich noch mal wieder am Ausbreiten hündern. Oder wir können noch mal weiter. Ach komm, Alter. Du Arsch. Knoten. Ich schau mal nach. Wow, Alter, ich triff's in schluss' Auge nicht. Hier, oder? Oh ja, ja, Kacke. Das müssen wir mal wieder geben, ne? Das ist ein Skandal. 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 Und nachsatzbereit. Ich habe das Netzwerk des Knoten angezapft und konnte stil die Kontrolle entziehen. du solltest ihn jetzt überbrücken können sehr gut danke eine andere kammer geflohen nicht zu gemütlich machen ich falle vorhin ich falle vorhin hier 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 ich weiß ich weiß er endet sich so und schnipps dann so die ganze kleine ich muss da irgendwie ich arbeite daran hier sind auch ganz schön viele maschinen ein gelenkband von einem maschinenkadaver ja oder etwas leuchtendes geflecht und dann mit einem umwandlungszylinder verstärken verbesserte konnektivität ich glaube ich glaube wir schaffen das das ist Aloy ich glaube ich könnte auf einem der Metallwagen mitfahren so hoch komme ich nicht Aloy es tut mir leid aber so hoch komme ich nicht und von da kommen wir ja her wir können hier aber dann da oben hin und dann müssen wir aber auch auf die Teile auf gerade vier sagen aber müssen wir wohl wieder zurück von wo kommen sie denn her von da oben oder ne fliegen da ah doch die kommen von da ok kann ich dich abschießen nein das wird dann wahrscheinlich der letzte Knotenpunkt sein und dann wird das Biest aus der Säure kommen ich kriege eigentlich auch da rein einen Stammschlag ja aber wenigstens nur fünf Schaden ok ich könnte mir vorstellen dass wenn ich wie seid ihr hierher gekommen ich muss dann das Plasmaschaden nehmen euch ah Kittenreaktion Blitz Kittenreaktion ah mhm schade äh äh ich geh mal davon aus dass ja sicher mal ein Doktor so du greifst jetzt mal dein so na ne 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 n ne n ne 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 Ich muss die von hinten treffen und die Plasma-Kettenbewertung erfolgt. Was macht der da eigentlich? Was soll der? Das ist cheatend. Der cheatet. Die cheaten doch die Römer. Oh, das wird den Treffer gewesen sein. Oh, Schiebung. Spinnen doch die Römer. Was ist denn drin? Was soll ich... Was soll ich den bitte schon besiegenen? Ja, der hat geplatscht mit seinen Füßen. Bravo. Okay, das passt natürlich immer an einer Zeit. So. Ich gebe dir immer noch ein Abschiedsgeschenk. Tschüss. Ja, wie gesagt, den zweiten krieg ich wahrscheinlich nicht. Das ist Plasma auch explodiert. Ach, so wunderschön. Ich spiel die Tornen einfach. So, was machen wir mit dir? Kleines Problemkind. Ich kann ihn nicht abschießen. Du greifst ihn gleich an. Aber durchkommen kannst du, oder wie? Jetzt ist er wieder rein. Yang über皆さん ist der Tutorial. Ja, du hast ihn doch geschenkt. Ja, du hast dich gegeben. Hahnemann oder Kast willen? Ach, naja. Nein, nein derранente. Ich glaube, natürlich nicht. Ich bleibe jetzt nicht gesagt. Es gibt kämp編ы partout.